Bart erzeugen Sie möchten mal sehen, wie Sie mit einem 3-Tage-Bart aussehen? Kein Problem, Photoshop lässt Ihnen in wenigen Minuten einen wachsen. Zuerst erstellen Sie eine neue Ebene und wählen danach das Pinselwerkzeug. Wählen Sie die richtige Pinselgröße aus und stellen Sie die Härte auf 0%. Anschließend können Sie schon den Bart aufmalen. Danach klicken Sie auf Filter und wählen unter Rauschfilter die Option Rauschen hinzufügen. Im Filterdialog geben Sie unter Stärke den Wert 10 ein und aktivieren die Optionen Gauss für Normalverteilung und Monochromatisch. Bestätigen Sie mit OK. Klicken Sie erneut auf Filter und wählen Sie diesmal Weichzeichnungsfilter radialer Weichzeichner. Stellen Sie hier die Stärke auf 5 und bestätigen Sie mit OK. Schließlich wählen Sie für Ebene 1 die Füllmethode ineinander kopieren und schon ist Ihnen in knapp 2 Minuten ein 3-Tage-Bart gewachsen. Mithilfe des Nachbelichters können Sie auf Wunsch den Bartwuchs noch weiter verstärken. Mithilfe des Nachbarns Mithilfe des Nachbarns Mithilfe des Nachbarns